So Leute, guten Morgen Athleten. Für die Woche noch mal eine Einheit, die brennt ein bisschen. Wir kümmern uns heute um unseren Rumpf. Das ist eine ganz andere Schicht, ihr müsst halt tapfer sein. Wer hat, habe ich schon mal gesagt, nimmt so einen Teil für die Rückenstabilisation, wenn er es benötigt, oder tut sich einfach den Kissen im Rücken, wer das nicht braucht, dann sagt er, kommt klar, der macht es halt ohne. Das heißt, er legt euch auf den Rücken und versucht hier zu halten. Die Einsteiger können die Hände gerne machen, die Fortgeschritten können sich ein bisschen mehr lang machen, und dann geht das ein bisschen stärker auf die Bauchmuskulatur. Müsst ihr einfach mal probieren, ihr könnt es auch von Satz zu Satz variieren, die ganze Geschichte. Ihr versucht hier mal so 10 bis 30 Sekunden zu halten, bis er merkt, es wird enge, aber nicht bis zum Zusammenhang. Dann atmet er kurz durch und dann klappt er so. Dafür macht er so 5 bis 10 Stück, je nach Athletenniveau. Ihr könnt es auch 5 bis 10 machen. Also immer erstmal das Halten wirklich bis kurz vorm Versagen, dass er sagt, okay, 2-3 Sekunden könnte ich noch. Der ganze Körper zittert und dann einmal tief durchatmen und Klappmesser hinterher feuern. Dann macht er 1 bis 2 Minuten Pause und das Ganze versucht ihr mal 10 mal umzusetzen. Das werdet ihr dann im Rumpf merken. Schöne Stabilisationsübung. Wenn ihr das nicht schafft und Bock habt, kommt ihr einfach zu unseren Kursen in der Woche. Damit nur die langsam alle vollkriegen. Oder ihr setzt euch für unsere Grundrechte ein, wo auch immer ihr mögt. Bleibt stark, bis gleich. Ciao. ...